moin moin und willkommen zurück hier auf der switch und auch auf meinem kanal und bei plant einfach so müssen wir schauen müssen wir hin wo hin die richtung laufen die andere was wir gekommen doch wenn wir definitiv nicht längst neben richtung gut was jetzt hier fest jetzt haben wir einen kleinen weg aber wir müssen ja irgendwie weiter also mit die zeit weiterlaufen das ist schon eine abgefahrene welt na also ich meine jeder das ist gut hat gut kann ich sagen es gibt keine mehr leute die gut sind ok ja ich wollte mal testen was ich machen kann okay es war doof wissen was ich heute gekauft habe nur so nebenbei lebkuchen bei lebkuchen die man zu weihnachten bekommt die jetzt ja schon draußen sind hinter dieser herzen sterne brezel einfach nur geil deswegen ist ich gerade auch halt um noch hell hier ich kann den damit er morden haben wir schon doch aber ich muss da längst okay noch einmal perfekt für uns ja schon ganz gut ist man damit seine schlachten schlagen kann da es war doch wir müssen doch nicht darunter doch das hätte man unterschmeißen sollen wer das hier und so einige hätte man sich einig sehr spart laufen werden hier jetzt leser die man jetzt von anderen seiten man hat schon konnte die machen vorne sehen wir hinten ok ok jetzt geht es hier längst ich glaube ich hätte blätter laufen sollen ab geht es ist also ein bisschen akte 1000 tode jetzt kommen wir vor wie flippt von wiener meyer auch ein gewächs hier was er wächst hier würde man keinen furs absträumen ist gleich wieder in den untergrund runter was wird wieder gefährlich musik lässt es schon irgendwie sind tagel arme in der wund gar nichts etwas von avatar so ein bisschen aus echt ich sage es sind 30.000 mal aber ich finde das hat wirklich sehr viel ähnigkeit mit avatar die stunde benutzen da ist ein riesen was das ist das da kommen die bösen raus wahrscheinlich etwas wir hätten was wir sehen mussten die wachsen vielleicht nicht mache ich runter was gedacht aber ich habe mich hoch soll also warte wollen wir mal und was anderes passiert es wächst ja irgend so ein pilz aus dem boden wo das ding drauf kann was können die ach ok ok muss man auch erst mal wissen hier sind wieder diese ekligen tücher natürlich dass sie uns angreifen wollen dachte ich könnte fliehen aus kann ich wohl nicht das regeln ich bin angezogen wieso bienen von englern insekten dingen und dass wir sind dieser ding ok 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 rand er versteckt muss ich aber zurück rein ich glaube ich muss so ein bisschen try and error das spiel ok 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 Oh, die kommen auf jeden Fall hoch. Ah. Die Bonus-Sachen gibt. Eieiei. Komische Welt, komische Welt. Wir brauchen mal dieses Ding hinzuschleppen. Oh, wie krieg ich da hin? Warte mal. wir brauchen das schießteil auf jeden fall ich frage wie man es hier hinbekommt hast du runtergekommen oder nicht wo wir irgendwie da rankommen nein der hätte ich draufgehalten noch mal glaubt dann krieg ich nach unterbrechen bei dem nutzen für etwas der haupt weiß es nicht so gut vorstellen ach guck, oh was macht der eine da, ach du scheiße damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich hätte in die andere Richtung laufen sollen ich hätte in die andere Richtung laufen sollen oh nein doch, es klappt okay, dass ich mal einen kleinen Baum fällt gut gut hinbekommen ach, ach okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht gut aber übrigens das ist nicht gerne, echt Oh, was dumm war das denn jetzt? Und jetzt wieder runter? Naja, ich weiß nicht, dass ich glaube, ich würde ihn erschießen, aber ich werde jetzt ja nicht drauf warten, wenn ich weiterkomme. Ah, okay, also hat mir irgendwie geholfen. Ich würde überhaupt nicht abfällen. Aber hat mir ungewollt geholfen. Definitiv dieser Masterplan. Ich würde sagen, diese Welt wäre gegen alles, was hier nicht dazugehört in die Welt. Leider auch ich. Und die Eindringler für diese Welt, die finden mich auch irgendwie scheiße. Ich kann mich hier oben festhalten. Was glaubt denn da nicht? Ach Mist, ich dachte, ich könnte das Ding schnell. Ich denke, viel zu viel. Ich kann mich einfach abschließen lassen. Ich kann mich einfach abschließen lassen. Das ist schon mal. Ich kann mich einfach abschließen. was ist so man muss einfach viel ausprobieren also ist Was ist das? Norma? Riesenfuß Ok, jetzt komme ich nur mit dem Stock hoch. Ja ok, du mal planen, muss ich besser durchdenken. Achso, ich bin ja schon gleich vorne angefangen, ok, ich mache mal die Pilze mal hoch, nochmal so ein bisschen, ein bisschen verstecken, ein bisschen zumindest. Oh, Mist. Hier. Wir kamen, sonst gar nicht hier im Liebesgleich. Nein, nein, ach man, hätte ich mal lieber gewartet, hätte ich mal lieber gewartet. Zum Ding her war es eigentlich ganz gut. Aber der ist ja wirklich sehr weit da hinten, da andere. Warten wir kurz hier. Warten wir kurz hier. So. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, da war ein kleiner Mensch, der runtergefallen ist, der runtergefallen. rauskriegen. Wie. 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 in der stadt danke fliegendes ding bums ich bin gar nichts böses will ja ich will das gerade hier gut rein hier jetzt noch da werden wir antimagnetisch was machen wir in der nächsten folge fürs zuschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei bis dahin